Vielleicht ist das die Chance? Und er macht den Ball rein! Was für ein Tor, was für eine Aktion! Alles richtig gemacht, überragend! Jetzt sehen wir hier die Wiederholung vom Tor, inklusive Torlinientechnik. Und die können wir bei dem Treffer wirklich gebrauchen. Und alles regulär, der Ball war hinter der Linie.